Was schreibt der so rein? Wollte man nicht wissen. Bist du selbstbewusst, selbstbewusster Typ oder eher nicht so selbstbewusster Typ? Vielleicht hier ein bisschen. Also mir fallen ein paar Leute ein, auf jeden Fall. In deiner Ecke, auf jeden Fall, in der Kabine. Ja, ich habe auch eine. Okay. Hey, Leo! Was hast du? Nicht so selbstbewusst. Wenn wir eine Mannschaft haben, dann ist alles perfekt. Wer ist denn überhaupt schon Papa? Ja, ich habe mal ein paar Leute. Bello, Danny. Dommer. Dommer. Ich. Du. Wer noch? Karin. Karin ist Papa. Stimmt. Ich glaube, Ludo hat, glaube ich, auch ein Kind. Ja. Ja. Ähm. Ich habe einen. Okay. 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 Wer hat überhaupt Tattoos? Robin. Robin. Della. 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 Ein paar. Aaron. Marlon. Ähm. Marlon. Marlon. Aber nur eine Person hat gute Chance, dass... Ja, eigentlich schon. Ja. Ich weiß zwar nicht, was für ein Tattoo... Aber einfach schlimmer. Bestimmt ein cooles Tattoo. Wir haben nicht so viel, aber ich denke Trainingslager, okay? Ja, ich war nicht dabei, aber in der Gruppe bin ich ja. 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 Perfekt. Was schreibt der so rein? Ähm. Wollte man nicht wissen. Welcher Platz in der Kabine am unendlichsten aussieht, oder? Ja. Weil zu Hause wissen wir es nicht so. Einer fällt mir ein, aber der ist jetzt weg. Mhm. Habe ich auch genannt. Ben, oder? Ja. Ähm. Ja. Ja. Amen. Wer hast du? Aaron. Aaron. Ja, auch. Ist Eamon unordentlich? Nein, Eamon ist immer eher Bade, was heißt der? Ja, Bade-Latschen. Ist immer über alles. Okay. Deine Süßkartoffeln? War schon schön. Ja. Aber normalerweise nicht. Okay. Glück gehabt, dass ich heute nach dem Essen gefragt wurde. Ähm. Guter Koch. Ach, das weiß ich nicht. Ich kenne einen, der kocht auch viel selbst zu Hause, weil, und der kocht auch, nimmt sich auch manchmal Sachen mit. Ins Hotel. Was er selber zu Hause gemacht hat, den nehme ich jetzt. Okay. Ja. Okay. Ich glaube, der kocht ganz gut. Das musst du direkt. Das muss ich direkt wissen? Wir haben, ich weiß nicht, Comedian, aber es ist nur eine, dass wir… Okay. Aber ich, also, ich muss sagen, ich finde einen Spieler auch sehr witzig. Ich weiß nicht, ob wir da den gleichen meinen. Nein. Nein. Scheiße. Nein. Dilla ist immer… Ja. Aber manchmal ist er traurig, so wegen seiner Verletzung oder so. Ja. Kann sein. Und Karim? Karim mit seinem… Hat einen sehr lustigen österreichischen Akzent. Und… Ja, auch eine lustige Art, finde ich. Deswegen… Ich weiß nicht, ob er jetzt Comedian sein könnte, aber ich finde ihn sehr lustig. Ja. 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 Boah. Spontan fällt mir echt niemand ein, der Chris nervt. Im Training? Im Training? Im Training weiß ich, wer nervt. Aber der nervt mich sonst nicht. Nur im Training. Nervt. Oh. Ja, das ist echt schwierig. Wenn wir beide keine Antwort haben, haben wir dann auch einen Punkt? Nein. Ihr müsst irgendwas, müsst ihr auch schreiben. Ja. Ich habe nur einen im Training. Wenn er gewinnt, dann ist er immer so nervt. Und wenn er verloren ist, ganz ruhig. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Ja. Perfekt. Super. Ja. Ja. Er ist immer nach gewinnen und so. Er sprechst so viel. Ja. Okay. Aber er ist auch der Einzige, der mit gefühlt jedem Spieler eine Liste hat, wie oft er gewonnen hat und wie oft er verloren hat. Was heißt Spießer? Spießer. Spießer. Ja. Ich kenne auch kein englisches Wort dafür. Ähm. Okay. Wer ist das? I go for. I go for someone who really looks that everybody pays. Und die Strafen, wenn wir Strafen haben und so, der immer schaut, dass alles gezahlt wird. Und? Ja, habe ich auch gedenkt. Direkt. Aber mit zwei L, oder? Doppel L. So. Er ist der Vatertyper und guck's alles an. Ja. Würde ich auch sagen. Ja. Nein. Ja. Ja da. Ja. 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 Ja!